Hallo und herzlich willkommen zum Breaking Heads Podcast Nummer 97. Wir haben wieder New 4DK in 60 Minuten für euch. Ich bin der Fred und heute beschäftige ich uns mal mit einer leider bisher sehr vernachlässigten Fraktion, die jetzt aber einen neuen Kodex bekommen hat und das ist nämlich das Adeptus Mechanicus. Und ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, das ist jetzt auch eine bisschen besondere Folge. Viele von euch kennen ihn auf jeden Fall von Breaking Heads Content noch nicht. Das ist der Dominik de Kassan. Hi Dominik. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass du hier am Start bist. Nämlich du bist einer der ganz wenigen Leute, die sich jetzt in der 10. Edition sogar schon vor dem Kodex die ganz schwierige Aufgabe gestellt haben, überhaupt Admech auf Turniere zu bringen. Und ich glaube, ich darf jetzt mal sagen, du bist wahrscheinlich der beste Admech-Spieler in der 10. Edition in Deutschland. Hast es geschafft, 4-2 zu gehen in Bremen, was 4-2, das klingt jetzt auch nicht so super krass, aber es war halt mit Admech, das sieht man sonst überhaupt nicht. Du bist außerdem auch letztes Jahr der Käpt'n von Team Germany gewesen, hast da unsere Nation auf der WTC vertreten und da angeführt. Musstest sogar selber noch spielen, hast du alles sehr gut gemacht. Ich habe auch schon in der 9. Edition dich Admech spielen sehen. Ich glaube, du bist hier der perfekte Gast. Ich kann mir keinen besseren gerade vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Dankeschön. Ich freue mich auch. Vergessene Liebe ein bisschen präsentieren. Es sind die Sachen auspacken, die keiner kennt. Es ist auf jeden Fall eine coole Armee mit coolen neuen Sachen. Aber auch davor war es schon sehr, sehr cool, was man spielen konnte. Es ist auch niemand gemacht. Ja, genau. Also die Folge wird so ein bisschen speziell, finde ich, weil wir haben schon so ein Konzept. Und du hast ja auch ein Konzept gespielt und das können wir auch irgendwie transferieren in den neuen Kodex. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, übrigens, das hier ist die Tournament Winning oder die sehr erfolgreiche Admech-Liste, weil wenn es Hard of Hard kommt, dann sehen wir auf jeden Fall schon noch eine Menge Schwächen. Und auch im Kodex sind viele Sachen sehr verstreut. Ich glaube, das war der erste Eindruck, auch den wir beide hatten, wo wir uns über Admech gesprochen haben. Hier gibt es so da was Cooles, hier was Cooles. Aber das fertige Rezept kriegt ihr heute noch nicht geliefert. Dafür mehr Brainstorming. Ja, der Kodex ist, ich finde den sehr schön eigentlich. Der ist nicht drüber, der ist nicht drunter, der ist wahrscheinlich am unteren Ende, weil es sehr komplex ist und mit sehr vielen Limitierungen in Strategies, in Enhancements. Es hat nicht den Easy-Play-Button oft drin. Das hattest du vorher aber auch nicht. Du hast wenige Units, die wirklich Schaden deliveren können. Und dann sehr viel Puzzlespiel. Was aber Spaß macht. Ja, Admech ist eins der wenigen Bücher, wo wir in fast jedem Strategie und auch ganz vielen Enhancements nochmal so ein Keyword haben. Wir haben in der 10. Edition ja viele Sachen immer sagen, ja, mach's einfach. Deine Einheit kriegt plus eins Hit oder Wund oder sowas. Bei Admech ist es dann plötzlich Guitari oder nicht? Oder sind es dann nur die Mechanikus? Da sind schon sehr viele Beschränkungen drin, ne? Ja, es ist komplex zu spielen. Ich bin dann froh, wenn es die Data Cards da noch gibt, um sie mit an den Tisch zu nehmen. Ich glaube, das macht das Spiel für alle leichter. Nicht nur für den Admechspieler, aber auch für den Gegner, weil es sehr oft sehr limitierend ist. Nicht nur auf Unity, type dann teilweise auch noch auf, wo du auf dem Feld stehst. Ob du noch irgendwelche befreundeten Einheiten in der Nähe hast, dann kriegst du einen doppelten Effekt und, 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 und. Eigentlich ist es ein schönes Buff-Stacking, aber es wird sehr schnell sehr kompliziert. Ja gut, kennen wir von Admech nicht und nicht anders und auch die Spielerinnen und Spieler, die Admech schon in den 9. gespielt haben, haben sich da sicher schon eine Menge irgendwie Buttons und irgendwie Tokens angehäuft, die sie sicher jetzt auch wiederverwenden können. Was man da auch schon hört, Leute, wenn ihr Admech spielt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall eins von diesen wunderschönen Matten kaufen, die jetzt neuerdings die Deployment-Songs draufgedruckt haben in der 10. Aber ich glaube, sonst kriegt man das nicht hin. Also das ist unspielbar. Ja, das wird spaßig und da ist TTS natürlich sehr angenehm, aber sonst ist da sehr viel messend. Ja, dann kann man die Deployment-Zone-Würfel gleich liegen lassen. Lass uns mal einsteigen. Wir werden uns den unterschiedlichen Detachments vor einem Ende nochmal zuwenden. Jetzt wollen wir uns erstmal angucken, wie sieht denn eine Admech-Armee auf dem Tisch aus? Wie spielt sich das? Welche Konzepte gibt es das? Und fang gerne auch mit dem an, weil wir sind natürlich, also müssen wir auch unseren Zuhörenden nicht verheimlichen, wir sind auch selber noch sehr am Anfang des Kodex und der Erkundung, was da wirklich geht. Fang ruhig gerne auch mit dem, was du zuletzt gespielt hast, an. Ja, ich fang vielleicht nochmal mit der Basic-Abmech-Regel an. Oh ja. Du hast entweder zwei Doktrinen, du kannst die Cockroler oder die Protector spielen. Protector ist, ich sag's immer, die Defensive. Wenn du deine eigenen Deployment-Zone kriegst, hat der Gegner ein AP weniger, wenn er auf dich schießt, schlägt oder was auch immer. Und alle deine Waffen werden heavy. Die ist ganz nett, aber ich finde die Conqueror Imperative sehr viel stärker. Sie sagt nämlich, wenn der Gegner in seiner Aufstellungszone ist, ein Modell, ein Fitzel von irgendwas, kriege ich plus ein AP. Und alle meine Waffen sind Assorted. Das generiert unendliche Mobility und ein starkes Action-Play. Ich kann halt auf jeden Marker rennen und immer Actions machen. Ich kann um Ecken rennen, ich krieg einfach Movement. Und da gehen sehr viele Winkel auf. Warte mal kurz. Das heißt auch immer nur innerhalb sein und nicht komplett innerhalb sein. Also wenn jetzt sozusagen mein letzter Space Marine noch meiner Deployment-Zone berührt, noch ein bisschen in der Aufstellungszone drin ist, kriegst du alle Buffs gegen die Einheit. Und gleich ist für dich, also wenn dein hinterster Ranger noch gerade drin ist, kriegt deine ganze Einheit Arm of Contents. Genau. Genau. Das ist ganz nett zumindest. Glaubt auch wieder ein bisschen Stacking. Und das ist ganz cool. Das Konzept, was ich bisher gespielt habe, hat eigentlich auch auf der Grundregel basiert und auf den Datasheets, die da einfach zur Verfügung stehen. Die Datasheets haben sich im Codex jetzt auch nicht groß geändert zum Index. Es sind ein paar kleine Anpassungen dabei, aber nichts Massives. Es ist ein Solo dazu gekommen, ob du den jetzt brauchst oder nicht, da kann man drüber streiten. Aber es hat sich nicht massiv was geändert. Und dadurch kommt halt eigentlich auch die Konklusion, dass Atmich keine großen Torpolis-Blobs haust, außer die Breacher. Das sind die einzigen wirklichen, die Kartoffeln-Breacher, die einzigen wirklichen schadensverursamenden Einheiten. Und sonst einfach sehr, sehr viel Kruppzeug. Sehr viel kleiner Units, die du aufs Feld bringen kannst, um einfach Marker zu fluten und Position-Play zu spielen. Das zusammen mit der Soul-Doktrin, was halt dann sagt, ich kann in jede Unit eine Pistole reinnehmen, ich kann überall hin-advancen, ich kann immer Actions machen, generiert dir halt sehr konstant Secondary-Punkte. Ich glaube, das ist auch die Stärke von Atmich, konstant zu punkten. Nicht unbedingt die Attrition zu gewinnen, aber konstant Punkte zu machen. Deswegen war bisher mein Konzept, ich nehme so viele Breacher mit, wie ich kann. Ich stoppe da jeweils Tech-Praise-Dominos rein für Liesl-Hits und fülle den Rest auf mit Skitari und ein paar Units, die entweder shoppen können oder Pre-Game-Move haben, um früh Marker zu holen oder früh Punkte zu scornen. Und flute den Tisch mit Kleinkram, mache mir Feuerwinkel auf für die Breacher, binde Sachen ab, neben OC runter bei gegnerischen Einheiten durch die Skitari Vanguard. Das war das bisherige Konzept, was ich gespielt habe, also man kann sich so vorstellen, man spielt entweder zwölf Breacher und hast du auch 140 Infanteristen mit den Spezialeinheiten noch oder 18 Breacher und um die 100, 110 Infanteristen. Und jeder Vanguard und Ranger hat dann quasi, kann durch die Gegend rennen, hat auch irgendwie nochmal so eine Spezialwaffe dran, also quasi so irgendeine Version des Plasma-Werfers, aber die machen eigentlich, tun eigentlich niemanden so richtig weh, die töten vielleicht mal so ein paar Horks oder sowas, aber ... Ja, das Problem bei allen Atmig-Units ist eigentlich die Konsistenz im Schadensoutput. Triffst halt auf die 4+, und hast sehr wenig Zugriff auf Rerolls. Das kann halt alles oder nix. Ich hab schon Spiele gehabt, wo Units einfach, zwei Units mit vier Spezialwaffen machen acht Treffer, und zwei Units machen einen oder gar keinen Treffer. Und die Varianz ist halt viel zu hoch bei 4+. Und mit kleinen Kram, kleinen Orks und Co. hast du kein Problem. Die haben auch keinen Safe, aber du machst halt auch auf ganz, ganz vielen Einheiten mit AP0 oder AP1 durch die Gegend. Das heißt, sobald da ein Space Marine steht, wird's halt schon interessant, den auch mal umzubringen. Das machst du gar nicht konstant. Und da muss man halt wirklich die Limitierung des Kodex in meinen Augen anerkennen, dass einfach nicht viel Schaden aus den Units kommt. Und weil das man Doppelungen, Trippelungen im Output vornehmen muss und deswegen einfach sehr viel kleinen Kram spielen wird, in meinen Augen. Also in der neunten Edition war's ja so, dass man irgendwie Zwanziger-Einheiten spielen konnte und die dann auch noch mit plus eins to hit, Ignore Cover, plus eins to wound, noch mal einen Schuss mehr und so. Dann hast du plötzlich irgendwie 120 oder 80 Schuss, irgend sowas, das da rauskam und dann hast du gesagt, die einer der Zehnten ist jetzt tot. Du hast 80 Schuss, Stärke 4, AP2, Damage 1 gehabt, die auf die zwei treffen mit 1er Re-Roll und 1er Wound Re-Roll. Das hast du nicht mehr, gar nicht. Du hast jetzt halt Zehner-Units ohne alle Buffs, die auf die vier treffen. Und ohne AP. AP 1, wenn der Gegner in seiner Deployment-Saison steigt. Genau, was aber sehr wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja. Du kriegst oft Winkel, wenn du aus der Reserve kommst, noch mal. Aber auch dann sind es halt aus einer Zehn-Unit-Ranger. Wenn du die Spezialwaffen mitnimmst, was du willst, und du willst eigentlich auch die Pistole mitnehmen auf dem Chef, damit du Actions im Nahkampf machen kannst und nicht abgebunden werden kannst, dann hast du da 12 Schuss. Anstatt halt 80. Früher. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Was auch okay ist, du kriegst sehr viele Spezialwaffen, du kriegst immer eine Akkabuse, du kriegst einen Plasma-Werfer, du kriegst einen Arc-Rifle. Und wenn das alles connectet, dann macht das auch Schaden. Aber es connectet halt nicht zuverlässig. Die sind halt auch billig, kostet inzwischen nur 80 Punkte, zum Beispiel so einen Venga-Trupp. Aber du hast die Buffs nicht, du hast ... Also, es gibt überhaupt, wir hatten das, es gibt gar keinen Hit-Reroll, oder es gibt in irgendeinem Detachment, wenn du dann noch drei Bedingungen erfüllst, auf eine Einheit Hit-Rerolls. Ja, genau. So ungefähr ist es. Du kannst dir über den Marshall immer den Hit-Reroll kaufen, aber ... Ach so, stimmt. Da hört's halt auch auf. Ja, das kannst du machen. Ja, das willst du aber nicht, weil der ist natürlich auch so teuer wie der halbe Trupp. Genau. Der kostet, ich weiß gar nicht, ob es 45, 35 sind, aber es sind einfach zu viele Punkte für ein Modell, was sonst nichts macht. Was keinen Mehrwert generiert, außer den miserablen Schadensoutput von einer Vanguard- oder Ranger-Unit zu einem schlechten Schadensoutput abzugraden. Das heißt, also ... Wer bringt das nicht ... In der neunten, also sozusagen, das steckt wahrscheinlich auch in dem Kopf von vielen Leuten noch drin und wird nicht ungerechtfertigt. Hat man danach gesucht, wie man diesen kleinen Hype-Roboter, dessen Schüsse, die jetzt erst mal auf dem Papier nicht so gut sind, so gut wie möglich buffen kann. Ja. Das hast du wahrscheinlich auch gemacht, das haben wir auch vorhin noch im Vorgespräch ein bisschen gemacht. Aber da ist jetzt der Tipp an alle draußen, man versucht es gar nicht. Nee, ich glaub, da muss man sich massiv verlösen. Einfach durch die Reduktion von 20 auf 10 und die Reduktion von Buffs auf Leader und nicht mehr auf Auren, wie es früher war. Du hast ja einen Marshal hingestellt, der hat alle drei, vier Units in sechs Zoll Einser Hitten und Einser Woot Rewards gegeben. So mega gut war. Ja, ja. Das gibt's halt nicht mehr. Das ist eine Unit, zehn Leute und nicht 80. Und wenn der Trupp tot ist und auch der Marshal tot ist, kann der nicht in die nächste Eindertretter gehen und sowas. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, genau. Ich glaub, da muss man sich massiv von lösen und muss halt andere Konzepte angehen, wie man das Spiel gewinnt. Und in der neunten, ganz am Anfang der neunten mit Bomberspammen und was auch immer, hast du einfach ganz massiv über, ich lösche den Gegner aus, gewonnen. Mhm. Ich mach dich so schnell weg, dass du gar nicht bunken kannst. Das funktioniert halt nicht mehr. Und ich glaub, die Erkenntnis ist sehr, sehr wichtig, um effektive Konzepte zu finden, wie die Armee jetzt funktioniert. Bist du so eine komische Endless-Swarm-Horde? Ja. Ich glaube, ja. Ja, du kriegst halt, ich glaub, das Billigste, was du kriegst, ist ein Lebenspunkt bei 6,5 Punkten oder sowas. Ah, wenn du die, ähm, bei der Vanguard kostet 8 Punkte, da kriegst du für 80 Punkte, kriegst du 10 Modelle. 10 Lebenspunkte, genau. Kannst du die ganzen kleinen, also nicht die kleinen, sondern eigentlich die größeren nehmen, aber die haben dann 2 Leben und dann noch für weniger Punkte. Genau. Genau. Und du gehst halt auf interessante Lebenspunkte, Modelle runter und du wirst wahrscheinlich im Durchschnitt mit allen Characters und was auch immer, ein paar Spezialunits, wenn du ohne Breacher spielen würdest, kommst du, denke ich, bei 10 Punkten pro Modell im Schnitt raus. Das sind dann halt 200, 220, 230 Lebenspunkte auf dem Tisch, die wahrscheinlich auch eine 4er-Hose plus Cover und einen 5er-Ritter haben. Also, das ist nicht wenig. Das können auch nicht alle Armeen handeln. Ob es das beste Konzept ist, werden wir, denke ich, gleich nochmal uns angucken und beleuchten, aber ... Und wenn man sowas spielen will, dann könnte man zum Beispiel in die neue, wie heißt sie, Skitari-Hunter-Kohort, erinnert natürlich sehr an die Veteran-Kohort aus der Neunten, gehen. Und dann würden die alle Stealth kriegen, die ganzen ... Dann haben die alle Stealth. Genau. Ja, klingt ... Kann man machen, ne? Klingt jetzt nicht, als wenn jemand, der auch nur eine Sekunde auf seinen Gamebeutel guckt, sozusagen als erstes sich ausdenken würde, ich möchte mal ... Also, die kostet wahrscheinlich 2.000 Euro, diese ... Aber das könnte auf jeden Fall ein Konzept sein, das hat extrem viel OC. Es ist ja auch schon so, dass ... Ähm ... Ist der Schaden ... Also, oder, sagt Jusmeck, ist es so, dass, wenn ich dann genug billige Einheiten auf das gleiche Ziel richte, dass dann irgendwann der Schaden rauskommt, oder ... Ne, in meinen Augen bisher nicht. Mhm. Es kann sein, dass durch die Buffs, die du jetzt kriegst, ein bisschen mehr Schaden rauskommt, wenn du es in der richtigen Kohorte spielst, im richtigen Detachment, im Explorator-Maniple zum Beispiel, aber ... Eigentlich holst du aus den kleinen Units minimal Schaden raus. Und man muss halt auch überlegen, wenn ich 200 Modelle über den Tisch schiebe, in meinen anderthalb Stunden, dann muss ich da auch Gas kriegen. Ja, ja, das haben wir noch gar nicht. Dann schiebe ich halt meine Spezialwaffen und dann bin ich auch fertig und dann wird der Swing halt noch größer. Ähm ... Es ist sehr, sehr praktisch, sich passende Würfel in Stacks für die Spezialwaffen und Units schon dann hinzulegen. Einfach, ähm ... Da muss man ... Ich glaube, es geht einfach massiv zu einer Makro-Management-Armee. Wenn du so ein Spam spielst, welche Targets will ich erreichen, welche Marker will ich den ein, wo will ich reingehen? Der Einzelschaden wird durch ... Ja, durch Kadenz, Redundant irgendwann gemacht. Das ist nicht, dass du so hast ... Ich hab meine zehn Race-Guard hier stehen, die müssen jede Runde performen, sonst werde ich das Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen, wenn die zu wenig machen. Das hast du nicht bei mir. Und ... Das ist zum einen ganz schön, aber zum anderen auch manchmal ein bisschen anstrengend, wenn da vier Battle-Line-Judel-Mills auf irgendeinem Kern, um einem Selken rumrödeln und einfach gar nichts passiert. Ja, ja. Drei Schaden gemacht. Das kann halt passieren. Ich finde den letzten Punkt tatsächlich von dir auch am besten jetzt, um dieses Konzept mal kurz mit den 200 Lebenspunkten sozusagen aus unserer Diskussion zu verbannen. Weil im Gegensatz zu der Ganten-Horde, wo du irgendwie, weiß ich nicht, 150 Ganten hast, die auch irgendwas Komisches machen, aber musst du ja deine Sachen auch wieder schießen. Du hast natürlich Spezialwaffen und die Ganten, die wollen gar nicht schießen. Also das ist quasi unspielbar eigentlich. Ja, es muss sehr fix sein. Aber ich glaube auch nicht, dass es das beste Konzept ist. Okay. Ja, dann lass uns mal dazu hingehen, wie wir es stattdessen gewinnen wollen. Also du hast schon gesagt, ne? Also die kleinen Einheiten, die sind eigentlich, das sind eigentlich Action-Monkeys, die nochmal einen zufällig einen Plasma-Werfer in der Hand haben. Und das können auch alle möglichen sein. Das sind halt die, also die Battle-Line-Einheiten sind halt dann halt mehr OC, die haben viele Ein-Lebenspunkte-Modelle, während man kann die anderen Sachen. Ich meine, das ist auch fast, also da schiebt sich auch nicht so viel her von den Punkte-Effizienten, ne? Also wenn du jetzt welche mit dem Sprung-Modul nimmst quasi, die sind vielleicht ein bisschen billiger, dafür haben die ein bisschen weniger OC, dafür sind sie ein bisschen schneller. Ja. Dieses Mission-Play kannst du mit verschiedenen Einheiten machen dann. Ja, ich glaube, eine gute Mischung ist es. Du willst zwei, drei schnelle Einheiten haben, einfach um Frühpunkte zu machen. Ich denke, das Wichtigste, was du mit Abmach spielen willst, ist tatsächlich Marker-Control. Mittelfeld dominieren, meistens so zwei, dritte der Marker, schwache Flanke übernehmen und dann zuschwärmen. Und du wirst nicht hinter den Markern spielen, sondern vor den Markern. Das ist das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du mit Unit Ranger oder Vanguard den Gegner chargen kannst und ihn einfach 10 Zoll vor den Markern pinnst. Und dann bleibt doch ein oder zwei von den Idioten stehen, was mit einer Viererhose-Fünferretter einfach mal passieren kann. Und du hast auch defensive Buffs. Ja, ja. Und du kaufst dir einfach Zeit, um die Marker zu bespielen. Du kannst auch sehr, sehr gut Fixed Secondary spielen. Teleport Homa kannst du eigentlich immer machen. Du hast so viele Units da. Du kannst es auch sehr wahrscheinlich sehr oft in der Gehidernischen Deployment Zone spielen. Und du kannst auch sehr, sehr gut mit Marker flippen, zum Beispiel. Mhm. Ja, ist doch ein Muster-Objektiv. Auf, genau. Auf Battleshocks, auf, ich reduziere dir deinen OC. Du kannst dir über den Archeotech ein OC-3 auf einer Unit kaufen, auf jedem Modell. Und dann stellst du da 30 OC drauf und reduzierst deinen Gegner noch um 1. Das ist schon schwer zu denyen. Ich glaube auch, dass das der Weg ist, um mit AdMage Spiele zu gewinnen. Pick dir Fixed Objectives, sobald der Gegner es hergibt. Kannst du auch ein Break-It-Down und ein Assassination oder Co. spielen. Und spiel halt auf deine 80, 85, 90 Punkte. Die machst du relativ konstant, wenn du nicht getabelt wirst. Was passieren kann bei bestimmten Gegnern. Und sieh zu, dass der Gegner weniger Punkte scoret. Was du aber machen kannst. Gerade wahrscheinlich durch Primary Deny. Also, dass du die Gegner primär Punkte vermeigerst. Weil dann deine, ja, einfach drei Ranger da drauf gehen und den mit 4 OC und dem Gegner minus 1 OC machen. Kannst du eigentlich, nicht Ranger, Vengards machen. Ja, genau, die Vengards machen. Kannst du das eigentlich auf 0 setzen? Ja, ne? Ja. Wenn er 1 hat, kriegt er 0. Das heißt, du brauchst nur 1 draufstehen. 1 geht auf 0. Da muss 1 draufstehen. Und was teilweise auch sehr schön ist, weil du wirst die Marker ja nicht behalten, wahrscheinlich. Ja, sagen wir, da steht Deathwing Squad drauf, Deathwing Knights. Wirst du niemals töten. Aber die meisten sind dann zu gierig, die OC auf 0 hochzupumpen. Dann stellst du einfach einen Typ mit 3 Zoll zu der Unit. Der muss nicht mal auf den Marker drauf, damit der Gegner dir auf den Marker nicht flippen kann oder irgendwas auf dem Marker töten kann für viele Punkte. Mhm. Und sagst halt, ihr habt OC 0. Oh, ja, das ist natürlich auch lustig. Also, du musst gar nicht auf den Marker selber gehen. Ja, nice. Genau. Und da gibt es halt die verschiedensten Konzepte mit Advances, Advance und Charge, irgendwo hier den Sling noch mit Pile in und Consolidate, dann doch mal 3 Zoll noch wo andocken und einfach den OC klauen. Und das ist sehr, sehr unschön für manche Sachen. Weil manche es auch nicht auf dem Schirm haben, was da dann passiert. Bei mir im Kopf rattert sofort durch, welche Einheiten in welchen Metafraktionen haben alle nur OC 1. Und das heißt immer, wenn du da auch nur die Einheit anberührst, also nicht berührst, sondern in 3 Zoll kommst, hat quasi die ganze Kette 0 OC. Und wenn er da nicht aufgepasst hat, ist dann sein Marker auf den anderen gestanden. Und das sind sehr, sehr viele. Also da hast du von Eldar bis Dark Agents bis viele Tyrannidensachen tatsächlich auch nur OC 1. Auch wenn sie nicht Topmeter sind. Necrons ist ein bisschen listenabhängig. Ist der Necron gierig genug, eine Barge noch zu kaufen oder nicht? Du flipst halt vieles, was sehr angenehm ist. Auch wenn du von OC 2 auf OC 1 drückst auf einmal und selber OC 3 hast, das ist auch sehr interessant. Du klaust massiv Primary-Punkte mit der Armee. Dafür musst du halt kontrolliert aggressiv spielen. Deine Units sind halt nicht haltbar genug, als dass du es zwei nach vorne rennen kannst und sagst, gucken wir mal, ob du es umbringst oder nicht. Ich glaube auch, dass die Hunter-Korot das leider nicht ändern wird. Aber du musst immer so viel committen, dass du in Runde 5 noch was überhast. Aber auch so viel, dass du Druck machen kannst. Und ich glaube, die Balance in dem Tempo, wie du das Ad-Mix spielen musst, zu finden ist auch der Schlüssel zum Sieg am Ende. Wo du es gerade schon genannt hast, wir können ja ab und zu immer auch so ein bisschen die Detachments hier so rein droppen. Also die Hunter-Korot sagt halt Stealth auf einen, ich glaube, wir haben es eben sogar schon mal gesagt, Stealth auf einen Guitari-Infanterie und damit wird man dann haltbar. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich gehe jetzt mit 100 Leuten auf den Mittelmarker. Passt es nicht. Und du hast jetzt immer noch Toughness 3-Modelle. Toughness 3, Viererhose, Fünferretter. Du hast verschiedenste Buff-Möglichkeiten. Du kannst einen Onyger-Dune-Crawler noch dahinter stellen, was glaube ich auch eine valide Option ist für einen Viererretter. Dann bist du quasi minus 1, du hältst Viererhose, Viererretter, Toughness 3. Ein Lebenspunkt. Es ist relativ wahrscheinlich, dass mal ein, zwei Modelle stehen bleiben und dann wahrscheinlich auch den Marker noch setzen. Ich glaube auch, wenn du das Tempo richtig diktierst mit der Hunter-Kurort, kannst du immer noch so ein Schwarm-Konzept spielen, wie wir es eben haben. Du machst vielleicht Abstriche auf ein paar Breachern und klickst dir dafür mehr Cydonian Dragons rein. Das sind die Chicken mit der Lanze, weil die sind noch schneller. Über quasi Round 1, Round 2 Engagement, Gegner-Pin, bis dahin entwickelst du einfach deine 100, 110, 120 Infanteristen, die pinnen dann ab Runde 3 und du spielst quasi ein hartes Board-Control-Spiel, was sehr viel auf Marker-Diener geht. Ich glaube auch, dass das gut ist und auch gut funktionieren kann. Versuch doch mal, den Zuhörern zu erklären, was du meinst mit kontrolliert. Also wir wollen, wir müssen auch Einheiten übrig behalten. Genau. Ich meine, ein Viererretter auf einem Acht-Punkte-Modell mit Stealth, das ist auch schon verdammt haltbar. Das ist gut. Aber wie, also, wie viel darf ich jetzt nach vorne jagen? Ich meine, in der Einliste hast du 110 Modelle. Das klingt ja so, als wenn du immer so, alle stehen so immer so in Reihe, also so in, wartend vor diesen Markern und schmeißen sich dann auf die Marker, dann werden sie abgeräumt und dann schmeiß ich die nächste Runde. Ja, man kann es sich so ein bisschen so vorstellen, was du machen musst oder was ich gerne mache, ist, ich lasse die Armee einfach in der Conqueror Imperative. immer advanced. Das heißt, deine Standardbewegungen sind 9,5 Zoll. Und das ist der Schnittrechner mit 9 oder von mir aus mit 8. Du musst dich mit 8 Zoll auf die Marker entwickeln können, weil sonst kannst du sie nicht mehr, nicht mehr klauen danach. Du kriegst nicht advanced und charge unbedingt. Das ist abhängig, von welchem Detachment du spielst, aber 8 hast du immer eigentlich. Und wenn du jetzt sagst, ich habe 120 Modelle, in Runde 1 passiert wenig, dann kann ich jede Runde 3 Units opfern, damit ich am Ende des Spiels noch überhabe, um in meiner 5 zu punkten. Das ist ungefähr so der Sweet Spot. Meistens opferst du ein bisschen weniger in Runde 2, dafür sehr, sehr viel in Runde 3 und 4. Da hast du wahrscheinlich so ein 2-4-4-2-Modell von committenden Einheiten, um Marker zu übernehmen. In Runde 2 kannst du noch ein bisschen weniger machen, weil du wahrscheinlich noch Breacher überhast, um Marker zu clearn auch. Die Breacher werden in jeder Liste das große Fadenkreuz auf der Stirn haben und da wird der Gegner, denke ich, auch zu Recht genug investieren, um die wegzunehmen. Man muss halt vorsichtig sein. Du kriegst in der Kohorte ein Fallback und shoot, aber sonst nicht. Und Units gepinnt zu kriegen, ist auch für abgeschlecht. Also wenn dein Gegner, World Eater zum Beispiel, mal reinrauscht und sagt, ich halte mal einmal links und einmal rechts fest, dann tut dir das auch nicht gut, weil es gar nicht mal, weil es dich so stört, dass deine Units sterben, aber weil es dir Rage nimmt, um dich auf Marker zu entwickeln. Und deswegen musst du die Units ein bisschen stachen, so irgendwo zwischen zwei und vier Units jeder Runde committen und auch damit rechnen, dass die wahrscheinlich sterben und dann übernimmst du aber jede Runde wieder. Und solange du jede Runde fünf Punkte mehr Primary machst als dein Gegner, hast du eine sehr, sehr gute Ausgangslage für das Spiel. Weil also Secondaries klingt halt auch mega einfach in dieser Armee. Du machst jede Runde Teleport, wenn du dann nicht 15 machst, dann wurdest du zu früh getabelt. Ja. Und mit Einheiten, die zehn Modelle groß sind und OC dem Gegner wegnehmen und OT zwei haben, kannst du auch immer auf zwei Markern cleansen. Das klingt auch sehr einfach. Oder halt Nuss-Dom-Mount hast du schon genannt. Solche Sachen kannst du sehr gut spielen. Also TPO-Mount-Cleanse ist wahrscheinlich das, was so der Default und Topic bei Abmich sein kann. Ja. Nicht muss, aber kann. Geht natürlich vom Szenario ab. Gibt's einen Zusatzmarker, gibt's weniger Marker. Nicht spielen wir Alpha Omega, dann willst du es nicht spielen. Sehr, sehr vielen ist das, glaube ich. Auch einfach realisierbar. Weil du kannst mit einer Zehner-Unit dich eigentlich immer auf zwei Marker ausstringen und mit der Unit beide Marker halten. Dann glänzt eine Unit zwei Marker. Und eine andere Unit oder ein Solo oder das ist immer mein Liebling, der einzelne Skitarre, der irgendwo überbleibt, sein Battleshock-Test besteht und dann sagt, ich muss mal drei Punkte für den Tipi-Oma. Ja, ja. Das ist halt auch sehr schön. Der rennt dann irgendwie nochmal da durch die Gegend und sagt, sechs Zoll Auto-Advanced, zwölf Zoll ab in die Mitte Teleport-Oma oder ich halte mal meinen Fuß in die Deployment Zone rein für noch einen Punkt mehr. Packst du da eigentlich auch immer so ein, zwei Einheiten in deine Reserve, damit die dann von der Flanke kommen und vielleicht darf ich nochmal den Teleport-Oma besser machen? Ähm, das hab ich am Anfang gemacht. Ich hab, ähm, gemerkt, dass, das glaube ich, eine Trap ist. Leider. Limitiert doch stark deine Präsenz im Primary Game. Ich stelle inzwischen nur noch eine Unit in die Reserve und das einfach aus dem Grund, dass ich mit der Unit Cutter von Breacher, die ich in die Reserve eigentlich auch immer stelle, eine freie agieren kann. Kriegen halt den vollen Hit-to-be-Roll, wenn der Battle-Line-Unit in sechs Zoll ist. Dadurch muss ich nicht aufpassen, wo ich sie bringe. Kann einfach daneben noch die zweite Unit bringen. Sie haben immer den vollen Damage-Output dann. Und, ja. Lass uns mal über die Breacher mehr reden. Ja. Weil das ist ja genau die Einheit, die, also, die sind, die halten was aus. Die haben Tafniss 7, die haben, also Widerstand 7, die haben drei Leben. Ähm, drei Rüster, fein. Äh, kosten dafür auch 45, nee, sogar noch mehr, ne? Also drei Modelle kriegst man für 45 Punkte, ein bisschen mehr als 45, 47 oder was auch immer das am Ende ist. Naja, 140 für drei. Genau, das ist, achso, sind sie ja fünf Punkte billiger geworden im Kodex? Ich hab hier gerade noch die alten Punkte. Äh, nee, 145 für drei. Achso, okay. 290 Punkte für die volle Unit. Genau. Ähm, also das ist schon ein Investment und du kaufst auch noch den Charakter dazu, der kostet auch noch mal irgendwie, weiß ich nicht was, 70 oder so Punkte. Nee, der kostet nicht, der kostet 55, der nackte, der mit den Haaren. Achso, weil es nicht der Manipulus oder wer ist das denn? Genau, du willst den Manipulus haben, der kostet 55, der, also erstmal vielleicht die beiden Charaktere, dann können wir gerne über die Breacher sprechen. Das ist immer ein Trade-off, willst du mehr Damage-Output haben oder mehr Sustainability, also mehr Haltbarkeit in der Unit. Ja. Der Damage-Output ist immer der Manipulus, weil er der Unit einfach lethal Hits gibt. Punkt. Sowohl im Nahkampf als auch im Femme. Und das passt, weil sie haben auch noch Trefferwürf wiederholen. Genau, sie haben vollen Hits re-roll, das passt sehr gut. Dazu gibt er der Unit einmal im Spiel einen Viererretter am Anfang einer Phase. Ist auch gut, um mal was wegzutanken. Der Tag Priest Dominus ist eher der passive Teil, der macht im Nahkampf Mortal Wounds, das ist aber eigentlich irrelevant, aber er gibt der Unit einen Fünfer Feel No Pain. Bei drei Legen ist im Fünfer Feel No Pain sehr interessant, weil es oft heißt, einfach ich halbiere den Schaden von gegnerischen Waffen. Und genau, da musst du immer ein bisschen den Trade-Off machen, was willst du haben für dein Konzept, für deine Liste. Ich persönlich finde den Manipulus immer besser, weil wenn der Gegner tot ist, schießt er auch nicht zu. Die Breacher, du hast zusammengefasst schon von den Werten, sind wahrscheinlich der MVP des Codex vom Schadens-Output. Die sind mit 5 Zoll erstmal auf den ersten Blick relativ langsam, aber du kannst sie halt immer mit Assault-Waffen haben. Das heißt, die haben eigentlich eine Basisbewegung von 8,5 Zoll irgendwo. Dadurch sind sie schon gar nicht mehr so langsam. Die Breacher haben einen kleinen Nerf gekriegt, jetzt im Codex im Vergleich zum Index. Die haben auf ihren Waffen Range verloren. Also die Torsion Cannon ist jetzt nur noch 36 anstatt 48 Zoll, aber vor allem das Heavy Arc Rifle ist nur noch 30 Zoll anstatt 36 Zoll. Du verlierst also 6 Zoll Range. Effektiv sind es aber eigentlich nur 3 Zoll Range, weil du die eh immer auf Rapid Fire Range haben willst, damit die einfach doppelt so viele Schuss haben. Das Heavy Arc Rifle ist halt Rapid Fire 2, 30 Zoll, Stärke 8, minus 2 AP und 3 Schaden. Mit vollem Hit-Reroll Leasal Hits liefern die halt wirklich den Schaden in den Listen. Das ist schon viel. Anti-Vehicle 4 Plus haben sie auch noch drauf. Atmich hat eigentlich immer so ein bisschen das Problem, große Sachen aufzumachen. Ich sehe auch immer noch ein Problem, große Monster aufzumachen mit Atmich-Data-Sheets generell, aber das Leasal Hits mit dem vollen We-Roll verweigert da relativ viel. Schon da, also. Man kann damit auch gut große Tyrannien aufschießen, ohne Probleme. Es geht. Aber die Breacher so in Summe sind sehr, sehr gut. Also die kommen, wenn die dann was müssen die dann sagen, die sind ein 15 Zoll und schießen die 24 Schuss, Stärke 8, minus 3 Schaden. Ja. Das ist eine Menge. Das ist okay. Voller Re-Roll, Leasal Hits. In der Red-Kohort kannst du denen noch Sustained Hits kaufen auf einer Unit. Und, ja, der Lieblingstrick ist einfach die Unit aus der strategischen Reserve mit dem Rapid Ingress zu bringen. Dann kommen nämlich ganz, ganz wilde Winkel zustande. Wenn die mit dem Rapid Ingress kommen und dann noch advancen und dann schießen, dann kriegst du auf einmal Winkel, die eklig werden. Und man will sich dann mit denen prügeln oder die erschießen und dann sind aber die ganzen kleinen Vanguard-Einheiten im Weg und, genau. Und wenn man sie, selbst wenn man sie nicht weniger kriegt, muss man, also sozusagen das erste Mal, wenn der Gegner ernsthaft auf die Einer schießt, muss man immer mit einem Viererretter rechnen. Genau, das erste Mal, wo ernsthaft Schaden kommen wird, wird der Viererretter gezogen werden. Das ist natürlich viel Positioning-Spiel mit den Breachern und ich verstehe auch, wenn Leute sie nicht komplett entwickeln können, weil du hast, ich glaube, es sind 60 Millimeter Bases oder sowas. Die sind riesig, ne? Viel zu große Bases für die kleinen Rollstühle. Diese Unit, also das Base, und das ist auch tricky, du kannst die Unit nicht in einer Linie stringen, weil du dann die Coherency nicht einhältst, weil die Base ist größer als 2 Zoll. Oh nein! Den musst du in Dreiecken stellen. Es ist so 2,15 Zoll oder sowas groß und du kannst es nicht in einer Linie stellen. Aber auch nur wegen deinem, wegen deinem Manipulus, weil sonst wäre es eine 6-Jahreinheit. Ja, genau, aber den Manipulus willst du unbedingt haben und dadurch musst du anfangen, kleine Dreiecke zu bauen. Es reicht, wenn du sie so ein ganz bisschen verschiebst, dann passt es auch einmal wieder, aber die gut zu stellen und vielleicht sogar noch vom Cover zu profitieren oder so, ist nicht so einfach. Das Gute ist, sie sind Infantry und können durch Gebäude durch. Ja. Das hilft massiv. Das heißt, ich stelle dann zwei Einheiten stehen auf dem Feld, vielleicht eine eher so links, eine eher rechts und dann kommt immer einer auf der Flanke, je nachdem, wo man sie gerade braucht und kann auch genau die Ziele kriegen. Also weil, klar, die können jetzt rennen, aber ich meine, 11 Zoll, also sozusagen so die Maximalbewegung von 11 Zoll ist jetzt auch niemand, womit man irgendwie plötzlich, gerade mit so großen Bases, plötzlich um die Ecke schießen kann und dann irgendwie den in einer Ruine erwischt. Ja, das wird nicht gehen, aber du baust einfach die Bedrohung auf Marker auf, die du mit deinen kleinen Units dir erstmal ziemlich safe holst und wenn der Gegner die clearen will und es reicht halt oft, wenn ein bis zwei Vengards irgendwo stehen bleiben mit OC4 und dir den OCE noch um eins reduzieren, um den Marker zu behalten und das clearen die Breacher weg. Die erzeugen einfach, ja, Todeskorridore, wo du sagst, wenn du hier reingehst oder auf diesen Marker gehst, dann werde ich dich wegnehmen. Ja. Ja, sehr cool. Das ist echt, also das finde ich total, total die seltsame Einheit, dass die sich so geschafft hat, in das, ins Zentrum quasi, der Atme ich eigentlich, so wechseln und die wirken natürlich auch sehr stark erstmal nach so nach einer Gunline, wo man nur so langsam steht, aber wir haben jetzt gesehen, das funktioniert überhaupt nur, wenn man eben noch ganz viele andere Kleinheiten davor stellt, sich eben nicht dann abbinden lassen kann, weil, in welcher, wo haben sie Vorbild und Shoot? Haben sie es überhaupt? Die Breacher. Die Breacher haben das gar nicht, die Skitarre in der Hunter-Kohort über den Battlesphere ablink, glaube ich, aber Ja, okay, ist schon auf jeden Fall sehr, also wenn die so groß sind, man kriegt die auch mal schnell an irgendeiner Seite abgebunden. Genau. Und ich finde, die können sich auch im Nahkampf wehren, die haben da auch dieselbe Waffe quasi, aber dass man dann noch alle reinkriegt, wird wieder schwierig. Genau, die haben zwei Attackenstärke 8 minus 2, 3, auch der volle Reroll, ja, das ist auch die Liesel Hitz drauf, das ist nicht schlecht, aber ich habe es auch gemerkt, ein paar Mal gegen Orcs gespielt zum Beispiel und wenn irgendwo nochmal ein Orc durch den Screen durchcharge und peilt, weil er doch auf einmal die Zehen würfelt im Charge und die Breacher abbindet, dann ist es blöd. Ja. Deine Screens müssen ordentlich stehen, am besten auch so, dass du nach dem Charge, wenn deine Skitarre-Unit getötet wird, über das Pile und Consolidate alles Mögliche nicht an die Breacher kommst. Also du willst diesen 4 Zoll plus Blacks Gap haben, irgendwo. Gesundheit. Und das ist halt auch ja, schwierig, das Positioning von den Breachern richtig zu stellen in Kombination mit deinen screenenden Einheiten. Wenn du das gut machst, dann macht es Spaß. Mir graust es gerade ein bisschen davor, dass man die ganze Zeit Rennwürfe befinden muss. Also weil es ja so, ich würde gerne mit denen nach vorne, oh, die haben eine 6 Würfel, ja cool, ah, die anderen Würfel eine 2, dann kommen die jetzt ja nicht mehr davor und ich kann mich nicht mehr abschirmen. Das ist ja furchtbar. Da ist schon ein bisschen Gehirnknoten dabei, du musst, also was ich sehr angenehm finde, das hat die 10. doch deutlich erleichtert, dass du einfach durch alle deine Sachen durchbewegen kannst. Du bewegst halt erst deine Skitarre und guckst danach wo die Breacher steht, musst dir mehrere Spots offen lassen. Ich glaube, das wäre unmöglich zu spielen. Ich glaube, es wäre unmöglich zu spielen, ohne das. Das geht nicht. Das geht nicht und du kannst aber sehr gut Units ineinander stacken. Du stehst in deine Ruine und dann steht da deine blaue Vanguard Unit, deine rote Vanguard Unit, die stehen immer abwechselnd und dann guckst du mehr, wie weit rennt und dann kriegst du deine Range auch schon im Gehirn. Okay. Ich würde halt nie im Skit mit der 6 rechnen. Maximal mit der 3, mit Vans, vielleicht mit der 4. Ich habe auch tatsächlich relativ oft schon Advanced CP, also ein Gehirnknoten, einfach, wenn du ihn brauchst. Das geht ganz gut. Spricht das nicht so ein bisschen für die, doch die Red Zone Korps, das ist ja die tatsächlich sehr geänderte, also wurde schon ein starkes Update bekommen, wo auch eine Sache schlechter gemacht wurde, nämlich das war nämlich das Index Attachment, die Red Zone. Da gibt es Flat 6 Advanced, also man kann automatisch 6 Zoll vorrücken mit einer Skitarie ein. Das ist jetzt nicht für die Breacher, aber für alle anderen, die dann irgendwie auf Marker wollen. Sogar mit 2? Ja, wenn du es richtig staged, kannst du es mit 2 machen, was sehr interessant ist. Wie geht das? Atmich hat ja eine sehr große Kopplung oft in den Strategies und Detetrants und wenn du in der Red Zone Korps in das Stretch Gym rein gehst, dann sagt es einfach, if that unit is Battle Line, die du targetest, dann darfst du noch eine weitere Skitarie Unit in 6 targeten. Ach, das gefällt mir. Genau. Kannst du mit beiden Einheiten vorrücken. Genau, die zweite Unit darf keine Battle Line Unit sein, die kann aber dann eine Unit Infiltrator sein oder eine Unit Teraxi oder was auch immer. Die darf keine Battle Line sein, das muss eine Skitarie Non-Battle Line. Excluding Battle Line. Und das ist eigentlich auch schon das perfekte Sinnbild, wie verstrickt die ganzen Enhancement-Strategems und Co. in diesem Codex sind und da kann man es eigentlich auch keinem Spieler böse nehmen, wenn er das mal nicht 100% richtig spielt im siebten Spiel, weil es extrem komplex ist. Es ist extrem komplex mit zig Keywords, nochmal ein kleiner Nebensatz hier, nochmal ein kleines da und das ist sehr, sehr tricky. Also ich finde, Dominik, du bist da einfach jetzt gerade ein bisschen zu sehr in deinem kompetitiven Mindset, wenn du mal verstanden hättest, dass dieses Skitarie einfach die Nicht-Battle Line-Einheiten, die sind doch hier die Control, Breaching Command machen die doch. Es ist doch total offensichtlich, dass sie nur jemand anderem dieses Schleswig weitergeben können. Es ergibt sich doch einfach aus dem Hintergrund. Ja, die müssen ja auch ihre Befehle durchwachsen, ne? Richtig. Ja. Oh Gott, okay. Aber das würde heißen, wir wollen, wollen wir dann noch mehr von den anderen? Ich glaube, du benutzt es einfach auf einer Unit und bist glücklich und wenn du irgendwann mal in 1000 Spielen diesen Effekt auf der zweiten Unit kriegst, weil sie gerade am richtigen Fleck steht, dann nimmst du es mit. Aber sonst ist das ziemlich egal. Ich glaube auch, man sollte sich, um keinen zu großen Gehirnknoten zu kriegen, auf diese Maximierung der Effekte nicht immer versteifen in den Strategies. Finde ich. Oh, finde ich sehr gut. Ja, ja, ja. Finde ich sehr gut. Das ist, der Grundeffekt ist meistens gut und der Bonus ist nett. Wenn er kommt, cool. Wenn nicht, nicht. Ich finde die Red Cohort, weil du es gerade aber angesprochen hast, ist tatsächlich, hat sich sehr zum Positiven entwickelt für mich. Im Index war es ja, verschrien als das Index Detachment, der schlechtesten Detachment-Regel überhaupt, wo in Runde 1 einfach der Gegner Battleshop geht und danach nichts mehr passiert, so ungefähr. Jetzt haben sie es ein bisschen geändert. Du kriegst entweder in Runde 1 entweder auf die 3-Plus-Mortals, außer auf die 5-Plus-Mortals und bis Battleshop. Du kannst die Mortals einfach nicht mehr safe dodgen und danach kriegst du weiterhin auf die 3-Plus-1-Mortals ab Runde 2, aber musst auch noch einen Battleshop-Test und da wird halt wieder dieses Markerspiel sehr, sehr interessant, wenn du auf einmal sehr viel... Also solange du in der Aufstellungszone stehst, in deiner eigenen... Genau, solange du in deiner eigenen Aufstellungszone stehst, kriegst du auf die 3-Plus-1-Mortals Wound und machst einen Battleshop-Test. Das Schöne ist, der Atmos-Spieler wird sich sehr wahrscheinlich ein Enhancement kaufen, was sagt, im Sinne dieser Regel ist deine Deployment-Zone 6 Zoll größer. Und auf einmal stehst du fast auf der gesamten Platte in deiner eigenen Deployment-Zone und machst jede Runde Tests, weil du nur Wizzing stehen musst. Das ist gar nicht so einfach. Da kann, keine Ahnung, der kleine Spiritsier hinten an der Unit nochmal dranstehen und sagen, ich hab hier hinter der Ruine versteckt, jetzt steh ich doch in der Deployment-Zone und da wird es dann auch interessant, einfach die Mattenmitte aufgedruckten Deployment-Zone zu haben, weil das jede Runde zu messen wird einen Spaß. Wie ist das, wie genau ist der Zeitpunkt davon? Im Anfang der eigenen Befehlsphase? Als Atmich-Spieler? Ja, in der Befehlsphase des Atmich-Spielers. Leider. Das heißt, wir können dem Gegner die defensiven Stratagems rausnehmen. Du deniest dem Gegner die defensiven Stratagems, du erlaubst selber auf Markern gewisse Dinge zu machen, weil du sie kontrollierst wie ein Clans zum Beispiel. Wird dadurch einfacher, aber vor allem diese defensiven Stratagems und Atmich-Units sind auch einfach anfällig für zum Beispiel mal ein Overwatch von Flamern, von, keine Ahnung, mir kraust es vor dem Spiel gegen Malte, der mit seiner Hellbruder einfach auf einmal drei Breacher im Overwatch erschießt und das kann halt einfach passieren und wenn du das konstanter wegnehmen kannst, ist das ein Win. Plus es Aber warte mal. Plus es zwingt den Gegner einfach auch mental aus deiner Aufstellung zu raus, auch wenn der Effekt vielleicht nicht so verheerend ist, wollen viele das verhindern, was dann natürlich wieder bessere Feuerwinkel für die Breacher kreiert. So ein bisschen, ich zünde mal hinten an, damit das Wild aus dem Wald rauskommt und dann stehe ich vorne und versuche es abzuknallen. Ist ein bisschen unfair, aber ja. Dann kommt dann eine Breacher plötzlich in der gegnerischen Aufstellung, Sonne, weil die komplett frei ist. Kann auch passieren. Oder es kommt eine Unit Pteraxi Sterilizer rein mit Flamern, die auf einmal AP1 und einen vollen Wood Realt, weil der Gegner auf dem Marker steht und dann Battleman Unit in der Nähe ist. Also das macht viele Dinge auf und deswegen willst du, glaube ich, auch ein bis zwei von den Jumppack Units dabei haben. Und wenn du den Gegner nach vorne treibst, um irgendwo hinten rein zu springen. Also ich finde die Sterilizer für 130 Punkte finde die auch echt nicht so wild. Also die Elder spielen die ganze Zeit 115 Punkte Warp Spiders, klar, die sind natürlich ein bisschen schneller, aber diese ganze Kombination und dann hast du da zehn Flamer, die haben dann AP1 Ignore Cover. Das ist schon ganz gut. 20 Lebenspunkte. Das finde ich irgendwie cool. Das einzige Problem ist, bei den Sterilisern muss ein Masochist sein, um die aufzustellen, um sie zu transportieren und um sie zu bemalen. Ja. Die passen nirgends hin, auch in keinen Army Transport. Du kannst drei Trays im Army Transport mitnehmen, voll mit Sterilisern und hast irgendwie 400 Punkte auf den Tisch gestellt. Ja, tatsächlich, wahrscheinlich drei Sterilisern haben auch so viel Footprint wie fünf Orcs oder vielleicht sogar schon zwei. wahrscheinlich mehr. 40er Basis, ja. 40er Basis und die Flügel sind sicher nochmal 20 Millimeter links und rechts größer. Dafür kannst du dann mehr Sichtlinien ziehen, weil du kommst quasi 9 Zoll vom Gegner entfernt, aber dein Flügel muss ja nicht 9 Zoll entfernt sein, der kann dann quasi noch kippt nochmal um die Ruhe 2 Zoll. Ja, richtig, genau. Und dann flamst du dann noch alle. Aber die Sterilisern sind eine, die finde ich auch ein Glow-Up haben in dem Codex. Die alte Regel war ja, wenn ich dich mit einem Flamer beschieße, dann verlangsame ich dich, außer du bist irgendwie Monster oder Vehicle, dann hast du minus zwei Movement und 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 und. Die hast du aber eigentlich eh nur an Stellen gebracht, wo du Infanterie beschießen konntest, so eine Einheit Kultisten zum Beispiel, die willst du halt mit einem Haufen Flamer-Schüsse beschießen mit AP1 und sagen, ihr seid tot. Die müssen danach auch nicht geslönt sein. Also der AP1, der kommt immer davon, dass der Gegner in der Aufstehungszone drin ist und dadurch von unserer Grundregel her, weil wir ja sowieso Assault nehmen und dann noch AP1 gegen Gegner, die in der Aufstehungszone drin stehen. Wichtig dieses in der Red Zone, das Enhancement, das gilt nur für die Red Zone, dieses Bombardement, nicht für die Imperators. Nicht für die Imperators, nur für das Bombardement, ist aber auch sehr. Das andere wäre sehr, sehr gut und würde die Red Zone in meinen Augen auch zu einem Default-Pick machen. Ja, weil du dann fast immer AP1 hast. Fast immer AP1. Wie so Soul-Dok, die Doktrine, ja. Okay, ja, spannend. Also ich finde, ich muss auch sagen, also dadurch, dass sie so billig sind, also mit dem Spambaren haben wir jetzt schon gesagt, okay, vielleicht mal lieber nicht, weil auch einfach die Zeit nicht reicht, aber also man kann jetzt auch mit einer 130-Punkte-Einheit nicht so viel falsch machen und allein für diese Möglichkeit und dann macht man einem Gegner das einfach das Spiel nochmal unangenehmer und wenn das dann schon dazu führt, dass man da einmal fünf Punkte wegnimmt und dann mal nochmal fünf Punkte mehr wegnimmt und ansonsten unsere Secondaries gut laufen und der Gegner uns unseren zweiten Marker nicht wegnimmt und wir die ganze Zeit konstant Zehner machen, plötzlich sind wir schon, da haben wir dann unseren leichten Vorsprung und wenn wir dann nicht gestorben sind, haben wir einen Punkt mehr und das Spiel gewonnen. Das ist nicht unwahrscheinlich. In meiner Erfahrung mit dem Konzept ist es auch tatsächlich so, wenn ich nicht getabelt werde, werde ich wahrscheinlich mehr Punkte haben als du. Das ist recht fair zu sagen, du hast natürlich weiterhin einige Outs auch, was okay ist, aber auch Outs, die lösbar sind. Zum Beispiel fühlt sich das Calf-Space-Premise-Match-Up im ersten Moment ziemlich scheiße an für dich, wenn du es aber zwei, dreimal spielst, wird es auf einmal ganz okay für dich, weil da sehr, sehr viel vom Positioning, vom Screening und Co. abhängt, von Winkeln und sobald du die verstehst, wird es deutlich besser für dich. Ich glaube, das 1000-Sons-Match-Up ist wahrscheinlich das Schlechteste, was du kriegen kannst als Abstands-Spieler, aber du generierst gegen andere Armeen auch okaye Match-Ups. Gegen Elda bist du wahrscheinlich nicht vorne, außer du spielst einen Spam in der Hunter-L-Kohort, dann wird es interessant, aber du wirst auch nicht hoch verlieren, weil du einfach sehr konstant Punkte machst mit sehr, sehr vielen Einheiten und wenn du den das ist, finde ich, auch eine Stärke von dem Codex und es gibt halt auch noch andere Detachments, die das wahrscheinlich noch verstärken. Du kannst ab mich vor allem für Team-Turniere in meinen Augen sehr, sehr stark auf, ich mache einfach konstant meine Punkte bauen. Bisschen wie Sisters und Co., die sagen, ich mache meine Punkte und wenn ich dir auch irgendwie im Spiel nur 15 Punkte, 20 Punkte denien kann, dann musst du dich ganz schön lang machen. um dahinter herzukommen. Dafür ist aber dieses Tempo-Game, also wie schnell kommete ich welche Units halt, wirklich essentiell. Ich finde das mega spannend und ich finde es auch, also tatsächlich muss ich sagen, so aus Elder-Perspektive überhaupt nicht angenehm, wenn du mir sagst, ich habe hier übrigens so 60, 70, 80 Modelle, die haben alle einen Retter, die können sich alle, jetzt über das eine Stellstimme zum Beispiel, auch immer 12 Zoll bewegen und hier stehen, die stehen einfach da so hinten an der Ecke und auf der anderen Ecke steht auch welche und ich so, ja, die muss ich jetzt alle töten und wenn ich die nicht töte, dann stehen die auf meinem Marker und ich kann nicht sagen, also ich würde sagen, meine, natürlich kann ich dich sozusagen mit der Nach und Nach immer töten, aber das dauert halt einfach viel zu lange und du kannst viel zu sehr gut dich sozusagen so hinstellen, dass es dann unangenehm wird und hast dann hinterher nochmal eine Einheit, die auch signifikanten Schaden macht für die Bündung. Genau, das große Problem im Eldar Matchup und das ist glaube ich auch der Punkt, wo es kippt, ist wenn der Eldar drei Nightspinn hat, was er momentan hat, weil der Schaden ist vielleicht gar nicht game changing, aber du nimmst dem Admech einfach Mobilität, weil er nicht mehr advanceen darf. Er hat minus zwei Movement, darf nicht advanceen, das heißt, die Breacher gehen drei Zoll, das war's, also eine Basegröße quasi nach vorne, that's it. Ich nehme an den hinteren Stellen nach vorne, ist okay, ja pass. Und die Ranger und Vanguards gehen vier Zoll und advanceen nicht und sobald du halt diese Mobilität und damit die Bündung auf die Marker rausnimmst, wird es deutlich spielbarer. Ja, vor allem wenn es drei sind, also gegen einen hast du schon wieder kein Problem, aber drei sagen einfach, ja, da stehen jetzt 30 an der einen Ecke, ja ne, die interessieren mich gerade gar nicht, weil die bewegen sich nur vier und dann kommen sie nicht auf den Marker und dann können die auch da erstmal versauern. Und das ist, weswegen das Eldermatch-up von ganz gut zu A verliere ich wahrscheinlich knapp. Also alles, was dich slowt, ist richtig unangenehm, was den das Rennen rausnimmt, ja, verstehe. Also man kann doch rumspielen, man wird dem Eldermat immer ein Spiel abnehmen, und ich habe es jetzt auch ein paar Mal mit Matthias gespielt, habe noch mit dem Index, also Matthias Bellmann, und das ist interessant. Es ist einfach ein interessantes Match-up für beide. Und ich glaube, und das ist so ein bisschen auch die Hoffnung oder auch das Thema der Armee so ein bisschen ab mich ist, wie du sagst, das ist sehr wenig vertreten in Deutschland. Es gibt sehr wenig Leute, die die Armee haben und auch vor allem spielen. Es ist auch leider eine sehr teure Armee, aber du wirst immer diesen Underdog-Status haben. Und wenn du gegen deine Top-5-Metamin gut aufgestellt bist im Training, dann sind diese Metamin wahrscheinlich nicht gut aufgestellt gegen dich im Training. Das wird sich auch keiner auf dich einstellen. Und das ist eine Position, aus der man wunderbar operieren kann, die sehr, sehr viel Spaß macht. Du hast auf ganz, ganz vieles Antworten, einfach auch durch Masse an Buddies. Du musst aber auch weg vom Mikro hin zum Makro spielen. Mini-Entscheidungen sind wahrscheinlich nicht ganz wichtig. Natürlich, manchmal muss dir das Squealing perfekt stehen, aber es ist wirklich, wo kommittig, wann, wie viel, was dir die Spiele drehen wird. Und was dir auch die Spiele gewinnen wird. Also ein Konzept, was sehr, sehr anders ist zu Abmich in der Neunten, wo du gesagt hast, ich muss das töten, ich muss das töten, die Unit muss da, die Unit steht da auf Reign. Wenn jemand gesagt hätte, in der Neunten, ich charge mit Skitari Rangern, gegen das Modell, um Marker zu übernehmen, dann hätte ich gesagt, du hast sie doch nicht alle. Du hast nicht mit denen geschossen. Konnte man tatsächlich auch machen, aber das war dann so Insult to injury. Ja, genau. Das war so, es sieht natürlich schlecht aus, ich mach das mal. Aber, wenn du jetzt auf einmal mit... Ich find's mega cool, was wir jetzt hier so rausgearbeitet haben, weil ich versuch immer, meinen Spielern so ein bisschen auch teilweise so Schritt für Schritt Ratschläge zu geben, die vielleicht noch nicht das perfekte Spiel nachher abbilden, aber sozusagen einen da besser hinbringt. Und ich denke halt so, vielleicht will man in den ersten, sagen wir mal, in den allerersten drei Spielen mit Abmich alle Vanguards nur mit dem Karabiner spielen. Weißt du, damit du gar nicht anfängst mit deinem Plasma-Werfer irgendwie dich da irgendwo hinzustellen und irgendwen zu sehen und irgendwelches Zeug zu machen, weil es geht gerade nur darum, dass du diesen Marker wegnimmst und du wenigstest. Ja, so doof es klingt, ich hab in Bremen auch alle Units mit allen Spezialwaffen, mit allem Schnack und was auch immer gespielt. Ich bin gerade dabei, gewisse Spezialwaffen wieder rauszunehmen aus den Units, weil zum Beispiel die Akebuse bei den Vanguards gibt mir wenig Mehrwert. Natürlich, das ist eine Heavy-Waffe mit Precision, ich kann theoretisch gegnerische Charactersniper nicht projiziere eine Gefahr. Die Gefahr trifft aber erstmal nur in 50% der Fälle und wahrscheinlich verwundet sie dann auch noch nicht. Also das ist so, mach ich mit drei Schuss Akebuse vielleicht eine Wunde, wahrscheinlich brauch ich aber von dir Schuss Akebuse. Das lohnt nicht. Dafür generiere ich einen riesigen Footprint, der, wenn ich Markerstringe, angenehm ist, wenn ich aber versuche 120 Modelle zu verstecken, einfach Mist ist. Ach, das ist dieses Doppelmodell, wo so einer, oder nee, das ist so ein Modell, wo der hat so ein mega langes, keine Ahnung, Schrotflinte und die sitzt auf so einem Sniper oder sowas. Oder das ist dieses Ovalbase, auf der sonst Cavalry steht oder was auch immer. Ja. Ich nenne sie immer auch liebevoll die transuranische Verbindungs-Akebuse, weil sie einfach Unit Coherency über die halbe Platte erstellt gefühlt. und die, bei den Vanguard, die Rifles, ich weiß gerade den Namen gar nicht, 18-Zoll-Range, 3-Schuss, Stärke 3, Anti-Infantrie 4+, die sind auch einfach gut. Und das macht es auch einfach einfacher und schneller zu spielen, wenn du sagst, hier neunmal dieselbe Waffe, 27 Schuss, anstatt, jetzt habe ich sechs davon und eine D-Spezialwaffe, eine D-Spezialwaffe, die kann ich auch nicht zusammenwürfeln, weil die eine hat Anti-Hier und Devastating Wounds, die andere hat Position und die dritte ist Plasma mit irgendwie Hazardous noch und dann habe ich noch eine Pistole auf dem Chef, damit er eine Action machen kann. Sehr komplex, sehr komplexes To-Do-Set und sehr cool, aber da muss man sich auch überlegen, was möglich wirklich haben, was ist der Zweck meines Playstyles, was ist der Zweck der Unit und wenn der Zweck ist, ich renne einfach zwölf Zoll nach vorne und klaue mir den Marker und stehe im Weg rum, dann brauche ich die Spitzialwaffe nicht. Ja. Ja, geil. Bin ich, bin ich, bin ich vor der Fernwahrung. Es klingt stumpf, aber so ist es. Und ja, ich glaube, mit Abmich zu lernen, wo wirklich der Sweet Spot ist, in wie viel Mikro und wie viel Makro Entscheidungen muss ich treffen, ist sehr, sehr anders zu anderen Armeen und sehr entscheidend das Spiel. Du kannst es halt auch einfach schaffen, dein Spiel mit 140 Modellen oder so in einer Stunde runterzuspielen, weil du halt anfängst, Makro Entscheidungen zu treffen und nicht Mikro. Das soll jetzt nicht unbedingt das Ziel sein, das muss immer die Balance sein und wenn ich einen wichtigen Zug habe, dann muss ich mir auch die Zeit dafür nehmen. Dann kann ich auch mal eine halbe Stunde eine Runde spielen. Das ist völlig in Ordnung. Aber zu verstehen, ich werde es wahrscheinlich nicht über Schaden gewinnen, sondern ich muss die Marker flippen, ich muss die Board Control generieren. Ich kann auch Grey Knight, der auf drei Zoll schockt, kann ich die, fast die ganze Platte ausgraben, weil ich einfach so viel misse. Das zu sehen und zu machen ist, macht Spaß. Und ich finde die Armee sehr, sehr cool immer noch. Ich finde den Codex sehr cool geworden. Ja, wir sind ja schon ein bisschen dabei. Ich glaube, vielleicht machen wir noch mal was zu den einzelnen Detachments, was da geht und was die Vor- und Nachteile der Detachments sind. Ich finde, es sind vier sehr schöne Detachments, die man alle spielen kann. Dazu haben wir noch ein Spaß Detachment, was vielleicht mal so für einen Eintigger bei Freunden zu Hause ganz witzig ist. Aber du hast viel Varianz, mit dem du auch reagieren kannst. Und gefühlt ist es eher, ich spiele eine Liste und plage das dann rein. Ich finde auch, die Fülle ist irgendwie da. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, welches Detachment ich am Ende am besten finde. Ich habe jetzt noch mal viel mehr Einblick dadurch bekommen, dass wir eigentlich quasi irgendwie verstanden haben oder besser verstehen. Auf dem Grund habe ich immer noch nicht verstanden und muss man auch herausfinden, wie sich das vielleicht auch mit dem wechselnden Meter ändert. Aber ich würde mir gerne mit dir noch anschauen, welches Detachment wir jetzt vielleicht als unser erstes nehmen, wo wir das am besten umsetzen können. Vielleicht wie ein bisschen so eine Armee-Liste aussehen könnte. Wir sind allerdings jetzt schon an unseren 60 Minuten, die wir immer hier in unserem Index-Fokus an den Tag legen. Wir hauen jetzt einfach mal, weil wir hier quasi auch ein bisschen spezielle Folge zu einem sehr unerfeuchten Kodex mit einem Gast haben. Nochmal einen kleinen Bonus-Teil dran, den werdet ihr bei YouTube-Mitglieder, im YouTube-Mitglieder-Bereich und bei Patreon finden. Folgt einfach dem Link in der Videobeschreibung hierzu. Soweit schon mal. Kommt gerne da hin. Aber jetzt erst mal, Dominik, vielen Dank, dass du da warst. Das war mega interessant. Ich habe eine Menge überatmig gelernt. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Der Kodex ist cool und der entwickelt sich so. Je öfter man durchgeht, das ist so, manche einer würde sagen, wie ein guter Wein, der muss reifen, der muss verdauen. Da ist viel drin, das ist komplex, aber ich glaube auch wirklich immer noch und das habe ich auch davor, vor dem Kodex gesagt, mit Adrig geht was. Die sind vielleicht nicht Top-Doc, aber die sind auch nicht die, was waren es, 42% Winrate oder 37%, vielleicht haben wir gesagt, die hatten, sind sie nicht. Die sind gut. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, dass die so gut sind, dass die so versibel und flexible sein können und auch Spiele gewinnen. Und ich freue mich auf den zweiten Teil, wenn wir ein bisschen auf Detachments gucken und schauen, was wir da so basteln können, was wir so an die Hand geben können und dann wünsche ich jedem, der das spielt, viel Spaß auf der Reise. Sehr gut, das ist eine hervorragende Ansage. Leute da draußen, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören des Breaking Heads Podcasts. Wenn euch das gefällt, sagt es gerne weiter. Und wenn ihr noch mehr an mich hören wollt, kommt gerne rüber zu Patreon oder zum YouTube-Beglied, wo wir uns jetzt nochmal im Bonustein ein bisschen länger beatmig unterhalten. Vielen Dank fürs Dasein, Dominik und tschüss zusammen. Ciao.